Musik Unser Sägewerk ist seit 1909 in Lückenmühle ansässig und wird in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Musik Brauchen Sie Bauholz, einen Dachstuhl, Carport oder einen neuen Schrank, kommen Sie zu uns in Sägewerk Lückenmühle. Musik Wir sind stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter ihre Ideen schnell und unkompliziert umsetzen. Musik In unserer Tischlerei fertigen wir schöne Sachen, wie zum Beispiel unseren Lückenmühler Zweisitzer. Musik Bei uns finden Sie alles rund ums Holz und in unserem Baumarkt Zubehör und Spielzeug. Musik Wir gehen auf Ihre Wünsche und Ideen ein und beraten Sie gerne. Das ist unsere Stärke. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020